Ja, erstmal wollte ich euch alle Danke sagen, dass ihr da alle mitmacht, mitdenkt und mitfiebert im Netz. Das ist der Hammer. Und ja, ich denke, es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass wir nicht nur jeden Montag hier Geschichte schreiben, sondern auch mit dem, was im Netz passiert. Vielen Dank dafür. Ja, deswegen bin ich auch nicht hier heute, sondern mein Anliegen ist es, Annie Meschern anzusagen. Annie war von 1991 bis 1997 Offizierin im MIF5, im britischen Geheimdienst, und ist dann dort ausgestiegen, weil sie entschieden hat, dass das nicht richtig ist, was man von ihr verlangt. Die Städte als Wissenschaftlerin aktiv hat viele Geheimdienstverbrechen aufgedeckt, ich will dazu heute auch was sagen, und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Annie da mit einer der Pionierinnen der Bewegung ist, von dem, was wir hier machen. Danke Annie dafür. Annie ist ja meistens auch nicht die einzige Pionierin, was das angeht, und es geht dadurch darum, hier Helden zu kreieren. Aber es geht darum, Solidarität zu zeigen mit unseren Compañeros, die das schon lange machen. Deswegen ganz klar, free Julian Assange, free Bradley Manning, free Chelsea Manning, free Barry Brown, free Jeremy Hammond, und schütten Edward Snowden, solange diese Leute in ihrer Freiheit eingeschränkt sind, oder ihre Freiheit in Brot ist und keiner frei ist. Bravo! Ja, ich habe Annie kennengelernt vor einem Jahr. Ja, wir haben inspiriert von Edward Snowden, haben wir die Stopwatchingers-Proteste begonnen. Ja, Stopwatchingers, wir haben es euch freundschaftlich gesagt. Meine lieben Geheimdienst-Schnüffler, Neustasi-Spitzel, bezahlt oder unbezahlt, die NSA-Casper, Stopwatchingers, haben wir wirklich sehr freundlich gesagt. Wir wiederholen es nicht mehr, wir sagen jetzt, start, listen us! Annie Rechon! Ich versuch einigermaßen sinngemäß das zu übersetzen, was uns die Annie zu sagen hat. Ich bin nicht hier, um zu sprechen, um pro-Russia, pro-USA, pro-NATO-Aktivität in der Ukraine, oder pro-Anything-Else, apart from, very basically. I want to talk about pro-Pief. Wir verstehen doch, meis.de, wie Annie und auch ich sage, wir sind nicht da, um für Russland zu sprechen, für die NATO, für irgendeine Partei, sondern für den Fliegen. Pro-Biede. I speak about this from a particular inside knowledge. Having worked in British Intelligence in the 1990s and having resigned with my former partner to help him blow the whistle on a war crime in Libya where the intelligence agencies of Britain were involved in trying to assassinate a foreign head of state illegally and killing, in the process, innocent civilians. I am here now to bear testimony to the fact that our intelligence agencies meddle in other countries, promote war in other countries and create chaos and murder in other countries. Ich weiß ganz genau, wieviel kriminelle Machenschaften getätigt wurden gegen Libyen in den Geheimdiensten weltweit. Und ich weiß es, also Annie sagt, dass sie das ganz genau durch ihre Arbeit und ganz sicher weiß, wie die Geheimdienste gegen Länder vorgehen, die nicht im Sinne ihrer Arbeit mitwirken. In the 1990s, the British Foreign Intelligence Agency attempted to assassinate Colonel Gaddafi of Libya secretly and it killed innocent people. In 2011, the same agencies attempted the same thing again to overthrow Gaddafi and still killed more innocent people. 1996 haben die Amerikaner, die Britisch, gegen, also für Gaddafi ihn unterstützt und dabei viele unschuldige Menschen getötet. 2011 Elf, nochmals dasselbe Spiel, aber diesmal gegen Gaddafi und wieder Unmengen von unschuldigen Menschen getötet. Und immer wieder werden kriegerische Übergriffe gemacht, wie zum Beispiel auf Jugoslawien. Wie letztes Jahr auch Syrien, immer in der Annahme den Menschen dort, Demokratie und eine kapitalistisch gute Ausrichtung zu bringen, ohne Frage, ohne Rücksicht auf die Menschen. Und es werden immer wieder viele Unschuldige getötet und gefoltert. Every time the West has intervened, as they put it, we have seen whole countries decimated, we've seen whole countries traumatized, brutalized and whole cultures destroyed through this process of what we call bringing democracy to other parts of the world. Durch diese Annahme, fremde Staaten zu demokratisieren, sind sie immer wieder dabei, die Menschen zu quälen, zu unterwerfen und einfach ihre eigene Glaubenssätze aufzudrücken, egal welche Opfer dadurch auf der Strecke bleiben. Every time the intelligence agencies are waging a dirty war behind the scenes, every time they are doing it for corporate interests and Western government interests. And millions are suffering, not just being murdered or killed during these wars, but kidnapped, tortured, extraordinarily rendered, displaced, starved and maimed. Sie lassen die Völker dort verhungern, sie bringen sie in Konzentrationslagern, sie foltern sie, sie nehmen ihre Heimat, ihren Glauben, sie nehmen ihnen die Wurzeln und lassen sie seelenlos einfach auf der Straße und im Dreck liegen. Und alles im Namen der Demokratie. We have a situation where our governments are saying they are bringing democracy to the rest of the world and millions are suffering because of it. Sie behaupten, sie bringen die Demokratie in die Länder und bringen so ein großes Leid über die Völker und zerstören alte Religionen, alte... Sie bringen das große Leid und alles im Namen des Kapitalismus und der Demokratie. The question is, what can we do about it? We are seeing this being played out again in Ukraine, where the West meddled and of course Russia pushed back. This is a mirror image of what the West attempted to do in Syria when they sent their special forces in, their intelligence people in to try and subvert Syria and build links in Syria to try and overthrow President Assad. Sie tun immer wieder das gleiche uns vermitteln, der böse Russe, die bösen Syrianer, wie auch immer, und versuchen dadurch uns wieder in Angst und Schrecken zu versetzen, wie sie immer wieder in Wiederholungen über die Jahrzehnte getan haben. Und Anni fragt auch genau, was können wir mit uns selber dagegen tun, uns aus dieser Angst rauszuholen. Ich bin nicht pro einer Seite oder der Seite. Ich bin pro Freiheit und pro Frieden. Ich bin pro Frieden und pro Peace. Anni sagt, wie auch ich. Wir sind weder für die einen noch gegen die anderen. Wir möchten einfach auch hinweisen auf die Leute, die hinter den Vorhängen die Fäden ziehen. Und uns einfach dadurch überstülpen mit ihren kapitalistischen Gemeinheiten zum Ausbeuten. Und Lübchen ist wichtig im Moment. You're speaking about Lübya. Und dass wir genau hinschauen, was wirklich geschieht. Deswegen sind auch diese Mahnwachen da, um wirklich aufzuklären, um wirklich auch eine Sicht hinter die Vorhänge, den Schleier zu lüften. Was hier auch geschieht, dass immer mehr einfach auch verstehen, dass die Ängste, die uns die Regierenden einfach machen wollen, zu ihren Gunsten sind. Und wir einfach fach, da reinbleiben und weiter konsumieren und die Aufen schließen. What we're forgetting is the lessons that we learned from the last century with the First World War. After that, we had peace laws, international peace laws put in place, the Kellogg-Kreons Pact. And after the Second World War, we had the Neuroholt principles. And in 1998, those principles were enshrined across Europe with the Statute of Rome, which basically said, any aggressive action against a foreign country, unless you are pushing back because of imminent invasion and threats to your national integrity, is a war crime. Any aggressive action such as this is a war crime. An ich spricht nochmal über den Kellogg-Kreons, der 1928 auf den Tisch, internationalen Tisch kam, dass jeder Krieg ein krimineller Krieg ist, also heißt, der Krieg gehört vom Tisch. Es ist, die Leute gehörten eigentlich alle vor Gericht und auch wieder 1999. Es sind Kriegsverbrechen, die ablaufen, richtig. Und immer wieder werden neue Pakte geschlossen, um uns den Frieden zu gewährleisten. Und bei jeder neuen WM werden diese ganzen Gesetze einfach vom Tisch gefegt und hinter unserem Rücken, hinterm Vorhang wird neu verhandelt, ohne unser Wissen. Und das ist einfach zu stoppen. Und das ist einfach zu stoppen. Und ich spricht wieder darüber, wie wir das stoppen können, dass hinter unserem Rücken alle froh, friedlichen Gesetze einfach vom Tisch geschoben werden. Und sie möchte hier eine Idee noch mit reinbringen, was wir tun können, damit wir nicht mehr hintergangen werden. Und das ist einfach zu stoppen. Anni spricht darüber, wie wir überwacht werden, dass jede Minute und Sekunde die NSA, die Briten und alle die Geheimdienste einfach uns hindern wollen, uns Angst machen wollen. Und wir brauchen mehr Whistleblowers. Wir brauchen Whistleblowers zu kommen. Whistleblowers are the regulators of last resort. There are the people who say enough is enough. We are not taking any more. There are people who always want to set our freedom for their own pocket. As mentioned during the introduction, I was a British intelligence officer and I was involved in a whistleblowing case to expose murder on the part of British spies. Because of that, I had to end up going on the run, live in exile and go through the court cases with my former partner. It is a terrifying experience and this was the 1990s. Anni is a whistleblower and through her work was she over 7 years on the run, she had to hide, her family was destroyed, her whole home was on the run. She had a very stress, nervous life in the last 7 years. Now she is here in Berlin home, home, she was happy and... ...and had not heard her speak. ...and a leader of us can't it, even though I am here too. It is my first time on such a stage. Und wir passen uns auf die Wahrheit aus und wir wollen einfach lieben und keine lieben mehr. Es ist unser Land und unsere Erde. Das klingt gut. Ich habe das vor Jahren gemacht und es war schrecklich, es war schrecklich, es war schrecklich. Aber jetzt schauen wir, was die Wissle-Blowers kommen aus der Intelligenz-Agencie face. Chelsea Manning, 35 Jahre in prison. Thomas Drake von der NSA, 35 Jahre in prison, er hat er. John Kiriakou, ein CIA-Officer, der hat den CIA-Torture-Programm. Er ist jetzt in prison, in den USA, für das. Und jetzt haben wir Edward Snowden, who has done the world population the biggest service. He has exposed this ghastly global surveillance panopticon. And without that proof, he could not take this medal. Anni hat jetzt nochmal den ganzen Wissle-Blowers in Erden gesetzt. Die, die auch bis 45 Jahre Gefängnis bekommen haben, die man reingesetzt hat, die völlig isoliert sind und die trotzdem, die wussten es, dass es möglich ist, dass ihnen sowas passiert. Und sie hatten trotzdem den Mut, die Wahrheit auszusprechen, für uns alle. Und es wird nicht so schlimm für den Einzelnen kommen. Also die Wahrheit aussprechen und sich nicht mehr irgendwie durch Kommunismus Atombomben und die ganzen alten Geschichten einschüchtern lassen. Auch diese Sache mit diesen Rechtsgruppierungen reinpressen, alles dieses ist nur Propaganda und das können sie uns nicht mehr antun. Wissle-Blowers, internationally, are paying an increasingly high price because the government are desperate to shut them up. They will crush them. They will put them in prison. We need to protect them. We need to show there is light after Wissle-Blowers. Wissle-Blowers werden gejagt. Es ist Kopfgeld ausgesetzt, wie in früheren Zeiten. Und wenn ihr einen aufnehmen könnt oder seht, der in Bedrängnis ist oder wie auch immer, macht euer Herz auf. Schützt diese Leute. Stuttgart, Visit alert sehr bei einem Wissle-Blowers. Applaus Applaus So, one of the things that has emerged from the Edward Snowden Case Es ist, dass ein nationaler Intelligenz-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow, kommen aus der Snowden-Case, die in eine neue Foundation zu machen, die am Courage Foundation ist. Um nicht nur um die Witzblö-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow-Witglow, wie wir es hier machen müssen, sondern es tun, dass es möglich sein, die Prozess nicht zu werden, um eine neue Leben zu haben. Denn diese Leute sind die Herossen. Anni sagt, was wir auch alle denken, diese Leute sind Helden. Und diese Helden haben ihr Leben für uns gegeben. Und egal welcher Gefahr und egal ob sie jetzt Todesstrafe oder lange Haftstrafen bekommen, sie haben es für uns getan. Und macht euer Herz auf. Das Wichtigste ist das Herz. Nicht mal so das aggressive Geschei, sondern das Herz ist das Wichtigste. Und macht es auf und seid genauso mutig. Weil so kommt die Kraft zurück und diese Leute haben es verdient, es zu spüren. Die Liebe und den Frieden und dass wir für sie da sind. So, please, please support the Courage Foundation when it is launched this summer. But also, please bear in mind, we're looking at stories around Edward Snowden, we look at stories around Ukraine, we look at stories around the Middle East. The elite are trying to divide and conquer us. It's an old tactic. Set us against each other, left versus right, east against west. It's an old dichotomy. We need to be aware that actually there is an elite that is trying to take away our liberties, trying to take away our freedom. Hard won and hard fought for in the Second World War and after. So, please, let them do that. Es ist das alte Spiel des Teilen und Herrschens. Und das versuchen sie mit uns wieder, also heißt den Unfrieden und die Angst in die Herzen reinzusetzen und so Angst und Feigheit wieder rauszulocken. Und das ist vorbei. Das hat der alte Cäsar gemacht, das ist jetzt vorbei. Ich möchte sagen, ein huge Dankeschön zu all of you, für all of you who are taking the time to come and support this initiative. To show the interest in peace, not war. In supporting freedom, not tyranny. And that is what we need to continue to fight for. Because these freedoms, these rights, are so precious. And so many people seem to not care. They just give them away. So, spread the word and let's keep fighting for them and keep our freedoms for equal. Und so, spread the word and freedom, that is the answer. Nicht die Angst und die Furcht vor den Obrigkeiten. Verteilt es euren Mut und euer Herz und eure Kraft. Danke. Vielen Dank.